Äh, bautzen, die Mini-Golf-Philosophie. So, oder die Golf-Philosophie. Die Golf-Philosophie im Golf von Berlin. Äh, falsch, äh, als folgendes. Da ist das Golfloch, wo man den Golfpaar reinschieben muss. Da ist der Golfspieler mit dem Schläger und dem Ball. Nun, der Idealfall ist, er schlägt mit einem Schlag den Ball ins Loch. Hurra! Er freut sich. Das Spiel wäre total langweilig, wenn jeder mit einem Schlag ins Loch treffen würde. Nein, weil immer die Bedingungen sind anders. Mal was anderes gegessen, mal anderer Wind, mal anderer Sonnenschein, mal anderer Gefühl, mal andere Gedanken und so weiter. Und dann schlägt er und Ball trifft nicht genau in die Loch. Gibt so viele, viele Möglichkeiten. So, so viele Schläge, bis dass einer ewig probiert ins Loch zu treffen und nie trifft. Und dann, wie es bei so einem Spiel ist, geht es natürlich den Bescheuerten. Den Dummen geht es immer ums Gewinnen. Die Dummen wollen immer gewinnen, damit sie sich besser fühlen, als die, von denen sie sich getrennt fühlen. Sie spüren unbewusst den Trennungsschmerz und wollen sich besser fühlen, dadurch, dass sie glauben, sie hätten gewonnen. Die Verlierer, die ärgern sich natürlich, dass sie nicht so gut sind. Und sie sind traurig. Und was ich merke, das Ganze ist nur eine Vorstellung, hier im Nichts. Indem sich nur eine Vorstellung mit der anderen Part, nee, ablöst. Eine Vorstellung jagt die nächste. Und die Golf-Philosophie ist totaler Schrott. Völliger Scheiß. Nun, naja, ging es um nichts. Würde keiner verlieren oder gewinnen. Wie es auch so ist, gewinnt keiner, verliert keiner. Es ist nur ein Spiel. Und das Spiel ist das Ziel. Nein, was ich meine ist, dann wäre es ja der Totalgenuss, einfach nur zu spielen, ohne ein Ziel zu haben. Ja, das wäre schön. Ohne auch nicht. Wer weiß das schon. Einfach nur genießen, ohne irgendwo hinkommen zu wollen. Weder ans Ziel, noch zum Gewinnen. Das kann keiner. Weil jeder will ja irgendwie einen Vorteil haben. Wobei sich jeder Vorteil als Nachteil entpuppt, weil es ja einen braucht, der den Vorteil haben kann. Der, der den Vorteil haben muss, um zu überleben, ist schon in sich selber ein absoluter Nachteil. Weil er ist der Träger der Sorgen, dass er nicht einen Vorteil haben könnte. Also, ist er zu viel für wen, für niemanden? Es darf wohl alles sein, Sorgen, Probleme, der Glauben daran, die größte Religion der Welt ist doch die, zu glauben, der Besitzer zu sein, von was auch immer, vom Kleinsten oder dem Größten. Und als Besitzer bist du ein Leidender, weil du bist ja der Besitzer von Freude und Leid. Und somit ist es überhaupt kein Problem, weil du bist nur eine Vorstellung deiner selbst. Dich gibt es gar nicht als Besitzer, sondern nur die Erfahrung davon. Aber wie gesagt, keine Erfahrung verändert dich. Weil der, der durch die Erfahrung verändert wird, der ist selbst schon eine Erfahrung. Also kann die Erfahrung des Besitztums auftauchen. Als Spiel. Aber sie macht nichts, außer Schmerzen. Und loswerden kann sie auch keiner, weil der, der sie loswerden will, will ja wieder einen Vorteil davon haben, nichts zu besitzen. Also, was machen wir da? Wir machen gar nichts, weil es uns nicht als Kollektiv gibt. Denn wenn es uns als Kollektiv geben würde, gäbe es uns ja auch als individuelles Besitzer. Aber beides ist eine Vorstellung in Raum und Zeit, so wie Raum und Zeit auch eine Vorstellung ist. So verweilt nichts vor der Vorstellung. Weil es hat keine Idee davon und keine Vorstellung, was es ist und was es nicht ist. Bla, bla, bla. Baller, baller. Die Golf. Kryptomanie. Golf, 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 Golf. Halleluja.